so leute weiter geht es heute mit unserem spiel hier wir sollen hier rauf und dieses banditenlager oder was ist das zueinsatz ziel? ach trainingslager das terroristentrainingslager hier sollen wir hier plätten auf gut deutsch gesagt der einzige weg der hier lang führt ist der hier ach so das seht ihr ja nicht ich die maus zeige ok fahre ich jetzt mit der kamera mal hier lang so ich schätze mal da wird sehr viel sehr viel infanterie unterwegs sein deswegen habe ich mir überlegt gebe ich das geld aus wir haben noch 700 irgendwas da hier kronen keine ahnung würde vermutlich gerade für den hubschrauber reichen ich probiere es ja ich brauche einen hubschrauber und zwar den hier so da haben wir mal einen kampfhubschrauber hierher ich hoffe die sind nicht zu sehr mit flack bestückt hier das wäre natürlich blöde aber das werden wir ja tatsächlich merken da werden wir die nicht mit dem hubschrauber belästigen und werden schauen was passiert so sagt er so jetzt fliegen wir den weg mal ab und bloß helfen dass wir keine sträder oder sowas haben sowas blödes haben jetzt noch keine feinde zu sehen das ist kein problem das ist doch schon gefährlicher aber jetzt kann ich wie ihm geschieht Wunderbar, kann ich jetzt schießen. Ach, ich hab doch nicht gekannt, ich hab ein Abfall gewonnen. Wo war jetzt Flugabwehr? Wo war jetzt Flugabwehr? Da war noch etwas. Ich überlege gerade, ob wir noch mal aufmumpeln. Komm, jetzt fliegt man hier her. Und parken wir hier. Ja, was sollen wir uns hier mit dem Panzer herum? Da wären wir ja Kerre, wenn wir das nicht unbedingt müssen. Die hatten garantiert auch wieder halfenweise Panzerabwehr bei sich, damit ich eine Wette machen. So, greifen wir uns noch in der Wette her ein. Mal sehen, was passiert. Oh, die klistern sind die Tür ab, bitte. Da war das jetzt. Ach, hier ist das Pack. Bis dann. Bestätigt. Ja, die Hunde ab, ja. Bis dann. Bestätigt. Bis dann. Wir rennen. Wie ist die Karnicke? In Bewegung. gesprungen so immer wieder landen wir lassen unsere hütte ihre reparierung sie war jetzt schon noch gut aus blöd halt dass kindings rein können keine jetzt zum beispiel der everest die würde ich gerne rein tun aufgemundet haben sie auch nur die kleben in die kabine rein hier diese teil kommt schon zur bieger ok weiter geht's das war das f6 und 5 schießt drauf und ruhe ist wir ratieren das gesamte ding aus scheußes lach das erste mal reparieren lassen den kollegen kommt sich runter verfolgenst du bist schauer wenn du dir drauf brennen können reparaturen abgeschlossen ich hatte eigentlich mit raketengeschossen vertreten sondern nur mit seinen verkackten mg hier das war doch ziemlich blöde oder so kommen wir mal nachher dann träumen wir uns den Torhüte mit seinem Himmel hier haus ihn über 3 vorbordet hier sehen wir ja alles gibt die Verwaltung so machen sie aber trotzdem nochmal her falls uns die Flakierten eine verbrezeln will das wäre eigentlich doch ein bisschen blöd ich will haben eigentlich noch Reparaturpatienten hier nein das ist doch das nochmal ich bin einsatzbereit ich bin einsatzbereit Reparatur und abgeschlossen die Jagger und wieder gehts hierher in Bewegung so tausend wo bekam wir werden weil als hätten wir dieência vertebraucht ich bin jetzt verstehend wo ich ihn schalte Das ist nur drauf. Ja, jetzt wenn sie den Kanzling schau und in den Kreis hast du den Scheißfahrt. Aber das Lack ist jetzt wohl schon irgendwann auch nicht mit. Na gut, ich... Ach, da rennen wir. Kaputt! In Bewegung! Der Kollege wollte stiften gehen. Schon auf dem Weg! Wer muss? Bestätigt! In Bewegung! In Bewegung! Wo stecken sie? In Bewegung! Bestätigt! Schon auf dem Weg! Ah! Bis dann! Der ist erledigt! Scheißdach gehabt, Alter! In Bewegung! So, klicken wir mal hier in die Strecke. Schon auf dem Weg! Gucken wir, ob hier noch einer auf der Strecke ist. Bestätigt! Und wenn nicht, schicken wir die ganze Truppe raus. Sieht nicht so aus. Okay, dann muss ich mal hier rüberkriegen. Ach Gott. Scharfschütze bereit! Bestimme ist das da. Panzer hier! Motor läuft! Bestimme ist das da. So! Da schicke ich nämlich die Truppe jetzt mal da raus. Befehle! Geh mal hier her an Biff. Motor läuft! So! Betrag stand lassen! Und? Ach, Quatsch! Befehle! Ach ja, jetzt mal! Gut! Melde mich zum Dienst! Ja, dann melde dich mal, Kollege. Melde dich mal hier! So! Scharfscharf! 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 Sehr gut! Bestätigt! Dass hier auch was unerwartet ist, nicht auftaucht. Feindliches Fahrzeug gesichtet! Wurde nur! Und noch ein Schiebier! Schon auf dem Weg! Oh! Ob ich für eine Lele? Weil der ist doch auch noch Lele! Das Gerichterlager ist gesichert! Was jetzt? In diesem Gebiet gibt es drei Drogenlabore! Oh! Cocker! Beide davon befinden sich in San Antonio, dem Dorf direkt vor Ihnen! Das Dritte liegt tiefer im Dschungel! Zerstören Sie sie! Wenn möglich ohne die Ware zu beschädigen! Vergessen Sie es! Na ja! Man wird es ja wohl noch probieren dürfen! Missionar! Ich habe wichtige Informationen für Sie! Miguel Ferrara wurde in Labor Nummer 3 östlich von Ihrer Position gesichtet! Töten Sie diesen Schweinehund! So! Wir haben jetzt die ganze Zeit gelabert! Äh! 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 Wir haben jetzt gerade eine Bekanntschaft mit einem Kampfhubschrauber gehabt! Halt! 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 Wollen wir runter! Ja! Ich komme ja schon! Kannst gleich weitermachen! Grüß das! Mach weiter! Ich dachte, war fertig! War er aber noch nicht der Kollege! Reparaturen abgeschlossen! Äh! Ja! Ja! Lass mal stehen! Jetzt gucken wir uns auf mir die Gegend an! Hohohoho! Ja! Das ist ein ziemlich großes Kaff! Und hier gibt es bestimmt viel Ärger! Ich darf auf jeden Fall erst mal die Karte drehen! Das nervt mich! Äh! Wie ging das jetzt? Äh! So! Die eine Truppe ist hier! Die andere Truppe ist mittlerweile hier! Könnte also jetzt von hier her ans Dorf einfallen! Was vielleicht doch keine blöde Idee ist! So! Da werde ich aber vorher mal zwischenspeichern! Wo wir es ja nie! So! Dann hole ich die mal hier her! Hubschrauben möchte ich jetzt erstmal noch nicht riskieren! Ich habe die unangenehme Befürchtung! Oh scheiße! Brandwaffe! Was ist die Bromse? Der ist erledigt! Jawohl, Herr! Was ist denn hier? Kannst denn zu mir aus wie Bromse was ich sehen hier! Befehle! Motor läuft! Den können Sie abhacken! Ich glaube, es ist eine bessere Idee, wenn ich die auch hier her hole. Den können Sie abhaken. Der ist erledigt. Jetzt muss ich erst mal die Ecke gecleanet haben. Achso. Ich bin einsatzbereit. So, da kommst du auch mal mit. Gehen wir hierher. Genau. Ich befehle mich hierher. Falls noch ein Hint kommt, das kein Problem. Dann haben wir unten noch über Flaggschütze stehen. Ach gut, hier ist der Dingstammel. Das ist natürlich prima. Da hat ihn gleich wieder ein bisschen repariert. Was sind das hier? Ach, sogar Panzerabwerker. Wer ist erledigt? Wer ist erledigt? Wer ist erledigt? Befehle? Befehle? Schon auf dem Weg. Fangen wir her mit dem großen Ding hier. Also, die hier. Die, 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 die... Also, die Irrtendinger, die lassen sich ja schon beschissen steuern, gell. Aber die hier... Aber die hier... der plane die dinger hier die grauen hat aufsteuerung reparaturen abgeschlossen so geht es gleich weiter hier bleibt man als bewahrung hier beim reparatur was bist du hier aufklärung aber sicher die autospeicher haben wir gerade gemacht So. Jawohl, Sir. Also, die fehlt ein Fall hier runter, gell? In Bewegung. Schauen wir mal die Hütte hier aus. Jihaw. So. Schon auf dem Weg. Motor läuft. Jetzt sind wir nicht die Hänzchen hier. Auch wenn ich die Brücke hier schon wieder sehe. Echte Hänzchen hier? Kann ich fast nicht glauben. Wenn ich die Brücke hier bin. Okay, dann ahne ich doch schon wieder hier, was hier passieren wird. Deswegen garantiert die Brücke auch. Die kann verteidigen. Und bestimmt irgendwann, wie die Verrückten drüber. So, stelle ich mal hier her. Schon auf dem Weg. Und halt hier erst wahrscheinlich ein bisschen was zum Umantallieren. So, jetzt guck ich mich mit dem Hubschrapp-schrapp-schrapp um. Ich bin ansatzbereit. Ich bin ansatzbereit. Verkackten Dings-Geschütze, die auch irgendwo rumstehen. Ich bin ansatzbereit. Verkackten Dings-Geschütze, die auch irgendwo rumstehen. Angriff. Ich will, dass die Ware verbrannt wird. Das sieht ja nicht aus jetzt aus. Boah. Ich bin ansatzbereit. Was ist denn das hier? Oh, 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 oh. Ich bin ansatzbereit. Ich bin ansatzbereit. Ich bin ansatzbereit. Ich bin ansatzbereit. Das ist ja auch noch. Was? Was ist denn das hier noch? Da müssen wir auch noch hin. Der Freckel. Oh, oh, oh. Wir rühren jetzt ja auch irgendwie von... Oh! Irgendwie hier. Viel anvisiert! Kabumm! Wer ist erledigt? Wer ist erledigt? Wer ist erledigt? Die Lärm ist ganz schön in die Brille. Ja. Oh, oh. Ich muss erledigt. Ach, das hat keine Rakete mehr. Ich glaube, ich müsste mal... Oh, wie leid ist das denn hier? Mit Mordereitze ab. Mit Blatt. Ach, hier ist auch noch was. Dann sagt's gar nicht. Oh, oh. Ich habe so eine scheiß Befürchtung, nicht dass da nochmal sich LKWs losgefahren werden sollen. Erstmal her, kannst gleich hier wieder rumspielen. Könntest dich wünschen, gleich ein bisschen umgucken hier. Ach, wir haben richtig Geld gekriegt. Was kaufen wir da davon? Eine Panzer und so ein Zeug, gell? Wo ist denn hier? Könnten wir doch langsam mal hier runter schicken. Noch zwei Flachs. Reparaturen abgeschlossen. Ich glaube, wir sind da unten. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt schon gespielt haben. Ich mache mal einen kurzen Cut. Und geht im nächsten Paar zu vorbei.